servus leute was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten video von meinem reefer 170 soweit läuft alles gut aber ein großes problem habe ich mit dem becken und zwar ich weiß nicht wie es bei euch ist wenn ihr auch einen reefer 170 habt oder allgemeinen reefer von redsea der ablauf ich bekomme dann einfach nicht hin dass der wasserstand im schacht einfach so bleibt wie ich ihn einstelle also das mit diesem blöden membranventil da das ich glaube hier liegt der fehler dass der sich zu schnell zusetzt und dann verändert sich der wasserstand so dermaßen dass es dann über nacht mal den halben in halben osmose tank ins becken jagt also mich nervt das unheimlich so läuft das becken echt super und ja jetzt läuft es wenn man sieht wieder über den notablauf drüber ich stelle ihn so ein dass der zwei zentimeter drei zentimeter unterhalb vom notüberlauf ist der wasserstand dann hält es zwei drei tage entschuldigung und dann verstellt er sich wieder also der ist dann mal unterhalb fünf sechs zentimeter dann läuft es wieder oben drüber und dementsprechend reagieren eben auch die nachfüllautomatik also wenn sie da ständig drei vier liter wasser auf einen schwung rein pumpt da verschiebt sich die dichte ja so dermaßen und so toll für die tiere und ja für die korallen sind hier ja ähm ist das auch nicht und ich weiß nicht was ich noch machen soll also ich habe jetzt bei rezi angerufen habe das habe diesen kompletten ablauf hier reklamiert dass das nicht funktioniert das absolut erklärt dass der wasserstand zwei tage konstant ist und dann verstellt er sich von jetzt auf nachher um drei vier fünf sechs sieben zentimeter ja das ist einfach die richtig nervig wenn der neue ablauf kommt baue ich eine rein dann mache ich noch mal ein kurzes video ob es funktioniert werde es aber mindestens eine oder zwei woche lang testen denn so auf die schnelle will ich da erstmal keinen die freude bereiten dass ich sich da auch den neuen ablauf holt was ich schon ausprobiert habe ist eine neue rückfahrterpumpe habe ich mir gekauft eine sitze mit 1.350 liter die stunde weil ich gedacht habe die steuerbare was ich davor hatte die hat schwankungen in der förderleistung war aber nicht so weil es mit der sitze das alles selber problem ist also da bleibt der wasserstand im schacht auch nicht konstant ja und dass das über den notablauf drüber läuft ist ja auch nicht sind der sache ist ja über wie gesagt notüberlauf und kein hauptablauf sag ich mal wenn der sich jetzt irgendwie voll setzt mit schmodder oder dreck oder keine ahnung oder gehen die schnecke rein dann ja schaut schlecht aus würde ich mal sagen also eigentlich sollte der notüberlauf immer frei sein so dass er falls was passiert dass der eben das wasser dann schluckt ja wie gesagt wenn ihr auch die probleme habt mit diesem blöden ablauf kommentiert es mal unten direkt drunter in youtube oder schreibt mich direkt an auf facebook ja falls das nicht mit diesem neuen ablauf funktioniert was ich von red sea jetzt denke ich mal nächste woche bekommen die haben gemeint so zehn tage lieferzeit weil es direkt aus frankreich geliefert wird dann werde ich die komplette verordnung hier rausschmeißen und wenn wir pvc online bestellen und wenn wir das selber rein bauen mit einem stinknormalen kugelhahn so wie ich es eh und je gehabt habe da hat es auch gepasst das war ein bisschen blöd zum einstellen aber wenn es mal stimmt hat mit dem wasserstand im schacht dann ist er auch so geblieben wie das soll und dies durch diesen membranventil wenn man hier dreht dann geht innen eine scheibe auf und zu und da ist schon ein millimeter hier ist schon zu viel dann verstellt sich wieder alles und ersetzt sich so dermaßen schnell mit dreck zu also ich habe da mal fotos gesehen wo es einer hier auseinander gebaut hat zum reinigen das komplette teil innen war voller schmutter und dreck und ja code von den fischen und so weiter und das hat man beim kugelhahn eben nicht beim kugelhahn setzt sich da nichts an sage ich mal oder ganz wenig notfalls reißt man den einmal auf macht man wieder zu dann ist er durch gespült und ist sauber den hier hat man sie gemeint muss man alle vier bis fünf monate komplett reinigen also hier abschrauben diesen kasten hier wo diese membran welter drin sitzt hinten sind vier schrauben auseinander schrauben reinigen zusammenbauen zusammenstecken und ja auf dauer ist das glaube ich ist mir das zu nervig deswegen werde ich jetzt mal warten bis der neue ablauf kommt vielleicht wird es besser vielleicht vielleicht passt auch mit denen irgendwas nicht dass der irgendwas kaputt ist oder ich habe keine ahnung so viel schon probiert aber irgendwie funktioniert es nicht ja und wie gesagt notfalls bestelle ich mir pvc mit dem ganz normalen kugelhahn die mit den roten griffen baue da unten eine tankverschraubung rein und dann sollte das funktionieren wenn das denn geht weil ich sehe gerade hier sind so naja da muss ich mal schauen ob das funktioniert notfalls schneide ich es hier durch und setze es neu an mit einer muffe her und mache dann da einen kugelhahn rein also da werde ich mal sehen auf jeden fall auf dauer bleibt das nicht so ja das wollte ich euch noch mal kurz mitteilen vielleicht ist es bei euch auch so habt ihr auch die probleme wie habt ihr geregelt habt ihr mit rezi kontakt habt könnt ihr mal schreiben und ja mal gucken ob ich da eine lösung finde ich bin gespannt auf eure antworten und ja ansonsten bin ich zufrieden mit dem becken einwandfrei aber wie gesagt ja der ablauf ok dann freue ich mich auf die kommentare und dann sehen wir uns im nächsten video bis denn haut rein ciao